herzlich willkommen zu einem neuen video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone im letzten video haben wir schon über die perspektiven gesprochen und da wollen wir uns weitermachen und wir arbeiten hier mit camera mx dieser app da zwei hinweise das was wir hier besprechen mit der richtigen perspektive und der gleiche mir kannst du dich auch mit anderen betriebssysteme mit anderen smartphones mit anderen apps machen wenn ich dennoch für diese glaube ich sehr geschickte gerade für einsteiger geschickte app camera mx interessiert ja gratis ist dann schaue doch mein grundlagen video an wieder einfacher mit der app camera mx tolle smartphone foto machst ja ich sehe hier gleich auf der rechten seite verweise ich darauf da haben wir hier eine perspektive die nach oben gerichtet ist das heißt es gibt verschiedene möglichkeiten die kam natürlich auszurichten je nachdem welche richtung oder ein foto macht und die besprechen wir jetzt einmal kurz es gibt dann drei perspektiven immer grundsätzlich unterscheiden kann begriffe dich der näher bringen möchte das ist einmal die normal perspektive wo auf augenhöhe jemand oder etwas fotografiert wird das haben wir hier zum beispiel dieser rabe da diese figur habe ich fotografiert praktisch auf augenhöhe von vorne in dem fall dann gibt es die sogenannte vogel perspektive wo man von oben herab dann etwas fotografiert habe ich mir den selben raben dann noch einmal genommen die figur und habe sie von oben fotografiert und wenn er das vergleichs gibt es unterschiedliche wirkungen wenn ich es von der augenhöhe her mache dann sind es eher die gewöhnlichen fotos dem ego kennt so die üblichen body fotos vielleicht manchmal auch etwas langweilig je nach motiv oder eben je nachdem wie man von sich hat bei der vogel perspektive wirkt es manchmal etwas verkleinern verniedlichend vielleicht auch etwas kleiner machend kann aber auch manchmal ganz reizvoll sein wenn man eine große sache von oben herab fotografiert von einem berg herunter haben auch ein vogel perspektive und dann ist es natürlich nicht irgendwie langweilig und dann haben wir noch eine andere möglichkeit die frosch perspektive sich dann anzuschauen wenn man praktisch von unten nach oben fotografiert und wirken auch recht kleine pflanzen zum beispiel oder kleinere menschen recht spannend mächtiger vielleicht auch größer und überraschenderweise vielleicht auch groß mit dem smartphone haben wir nicht den vorteil dass man da besonders nah an unsere motive herangehen können uns erleichtert und uns vielleicht auf den boden vielleicht sogar ein bisschen zu legen und von unten herauf dann die kamera einfach hinzulegen nach oben an zu fotografieren damit die smartphone sicherlich sehr viele möglichkeiten und es sind auch besondere stärken der smartphone fotografie ja jetzt geht es darum dass das gleiche mal ausprobiert dass den gefühl dafür bekommst wie solche unterschiedlichen perspektiven normal frosch und vogel perspektive wirken können überlegt es selber dann wiederum welches bild format oder einsetzt 1 2 1 16 zu 9 oder 4 zu 3 wir sind anderen videos schon darauf eingegangen also 16 zum beispiel im querformat 4 zu 3 hochformat da gilt es auch noch mal ein bisschen aufzupassen wo man welche wirkung man erzielen möchte mache also dann mal ein foto aus der normal der frosch und vogel perspektive und damit die wirkung besser vergleichen kannst beschränke dich in dem fall mal vielleicht auf einen gegenstand auf eine pflanze oder ein tier und vergleich dann die wirkung dieser bilder ja danke für deine aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich dann wieder im nächsten video wenn es darum geht um fotografie mit dem smartphone